Ja, heute am 23. November 2021, wie man sieht, fährt Nina das hübsche Werbeplakat sogar mit dem Bus weg. Hier ist das hübsche Werbeplakat, alle 11 Minuten verliebt man sich, hier am Hauptbahnhof in Hillesheim. Ein bezauberndes, wunderschönes Lächeln. Schöne Augen. Das ist Nina. Vom Hauptbahnhof Hillesheim. Ja, wie man sieht, ist hier viel Verkehr. Die Busfahrer müssen hier auf den Verkehr achten. Ich hoffe, sie werden hier nicht abgelenkt von dieser hübschen Dame an der Busseitestelle, der Nina. Ja. 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 Ja, das schönste Werbeplakat hier in der Hauptbahnhof in Hillesheim. Ja. 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 Teenager.